So, ich muss ganz kurz mal mein Headset einstöpseln, da geht langsam der Saft zur Neige. Bitte entschuldigt das unpassende Geräusch, das die Immersion so ein wenig kaputt macht. Der ist beschäftigt, der ist beschäftigt, der ist beschäftigt, der hat wenig zu tun gerade. Bogenschütze sind voll ausgestattet. Was könnte der denn jetzt aktuell machen? Erstmal das hier. So, der ist beschäftigt. Jetzt gucken wir uns nochmal unsere Kriegers an. So, Charactersheet. Jawohl, sieht gut aus, jawohl, sieht gut aus. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal hier an. Die müssten ja jetzt beide so einen komischen Helm haben. Haben sie auch, sehr gut. So. Helm und Rüstung aus Eisen. Dito. 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 So, der hat noch eine Bronzene. Das heißt, da brauchen wir noch eine Eisenrüstung. So, eine Iron Male. Okay, ähm, davon soll der dann bitte noch eins craften. So, jetzt muss ich nochmal nachgucken. Der hat 24, okay. Der hat 16. 28. 24. 25. Two-handed. Two-handed. So, warte mal. Das heißt, der hier. Und der hier. Die beiden. Oh, warte mal. Dann machen wir mal einen das. Change Jobs. Zack. So, einer von denen wird zumindest schon mal zum Ritter. Machen wir jetzt nach und nach. Okay, das ist quasi dann ein Tank. Ja, der zieht die Feinde auf sich. Ja, der zieht die Feinde auf sich. Let's give it in here. Die Feindecircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircircir Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Das war's für heute. So, was hat der denn? Okay, 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 okay. Dann brauche ich noch zwei weitere von diesen Schwertern. So, und dann habe ich ja Inventory. Gut, dass ich das da sehen kann. So, das gibt's ab Level 3 für den. Okay. Also ab Level 3 kriegt er dann den großen Schild, die Rüstung und den Helm. Ähm... Davon brauche ich noch zwei. Das heißt, wir brauchen Stahl. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und dann zwei davon. Dann sind unsere Krieger komplett ausgerüstet auf Maximum sozusagen, bisher zumindest. Ähm... Der Paladin dann entsprechend auch. Die Ausrüstung haben wir schon. Eine Ausrüstung für den zweiten Paladin haben wir auch noch rumfliegen. Ähm... Die Bogenschützen dürften auf Maximum sein, die Healer dürften auf Maximum sein. Und wenn ich dann später mal das hier bauen kann, ähm... Dann kriege ich noch Zugang zu stärkeren Waffen. Was ich nicht schlecht finde. Wo zur Hölle ist denn... Ach, der muss... Ah, okay. Die entbüchsen die ganze Zeit und deswegen... Ah... Alles klar. Ah... Nummer... Nisten... 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 ệger... Teilzhaft... Es gibt den Tod der Ach, meine Güte. Oh, das sind ganz viele. Durchhalten. Am besten erstmal die Healer kaputt machen. Hm. Okay. Okay. Wir können schon mal weitermachen. Wir sind da gleich fertig. Okay. 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 Untertitelung. Das war's für heute. So, der macht Stahl, danach die zwei Schwerter. Das war's für heute. Das war's für heute. Achso, jetzt habe ich natürlich eine Iron Male komplett umsonst. Egal, die eine behalte ich auf jeden Fall mal hier. 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 Nee, das kaube ich nicht. war eigentlich klar vielleicht haben wir den hühnerstall in anführungszeichen schon mal fertig oder das gehege vielmehr und stahl ist ein bisschen größer kleiner glaube ich ich habe das halbwegs hier auf eine linie gesetzt wurde ich gar nicht gewusst habe wo die linie ist ein bisschen größer ein bisschen größer